Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Dragon Age Awakening. Wir starten direkt und ich wünsche euch viel Spaß. Wir wollen importieren. Das ist schon richtig. Importieren. Natürlich machen wir mit unserer Königin weiter. Der Tod des Erzdämons bedeutete den Sieg über die Verderbnis. Aber die dunkle Brut verschwand nicht einfach. Ein Großteil der Horde zerstreute sich in den Küstenstrichen nördlich von Denerim. Und zerfiel dort in verfeindete Stämme. Die dunkle Brut suchte sich Verstecke und fiel über die Bewohner der Region her. Sie stürzte ins Chaos. Als neue Kommandantin der Wächter Fereldens müsst ihr den Orden wieder aufbauen und der Bedrohung Einhalt gebieten. Ihr seid in Amaranthin, um euch in Vigils Wacht mit dem Rest der grauen Wächter zu vereinen. Dass euch niemand willkommen heißt, als ihr euch eurem Ziel nähert, deutet allerdings darauf hin, dass etwas nicht stimmt. Nanu, wo sind die Wächter, um uns willkommen zu heißen? Wieso habe ich einen Bogen? Hier stimmt etwas nicht. Schnell, Kommandantin! Es ist herrlich. Äh. Hunting Bau? Nö. Sind wir doch gar nicht. Ich mache auch nicht schlecht. Ach ja. Ja, guck mal. Dann habe ich es mit dir. Okay. Okay. Tja. Der Junge ist gut. Der ist tot. Ihr seid es. Die Heldin von Ferelden. Dem Erbauer sei Dank. Ich bin die Königin. Aber egal. Wo sind die übrigen Wächter? Jemand war direkt hinter mir. Ein Magier. Er könnte ein Wächter gewesen sein. Aber ich weiß es nicht genau. Wir haben die Schreie der Sterbenden gehört. Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte. Direkt in diese. Ihr müsst ihnen helfen. Bitte unternehmt etwas. Sind noch andere Wächter am Leben? Ich glaube, direkt hinter mir war ein Magier. Er könnte ein Wächter gewesen sein. Aber ich weiß es nicht genau. Ich versuche Hilfe zu holen. Auf der Straße müsste eine Patrouille sein. Ja, ja, ja. Wir haben nicht viel Zeit, Kommandantin. Die dunkle Brut hat uns aus dem Hinterhalt angegriffen. Das ist ausgesprochen ungewöhnlich. Dies ist keine Verderbnis. Und doch sind sie so gut organisiert. Ich verstehe das nicht. Eure Fähigkeiten mit dem Schwert sind beeindruckend. Ihr seid keine einfache Führerin, oder? Entschuldigt, Kommandantin. Ich hatte angenommen, wir würden uns gebührend vorstellen, wenn wir in der Festung sind. Mein Name ist Myrie. Bis ich vor einem Monat rekrutiert wurde, gehörte ich den königlichen Rittern an. Ich habe allerdings meinen Beitritt noch nicht vollzogen. Der Truchses hat mich ausgesandt, um euch zurückzubringen. Das hier hatte ich allerdings nicht erwartet. Wer hat hier das Sagen? Worrell, der Truchses. Soweit ich weiß, ist er der Sinneschei der Festung und arbeitet für die Wächter. Wo genau sind wir hier? Das hier ist Vigils Wacht. Die Festung gehörte einst Al-Hau. Wenn man bedenkt, was er euch und dem Rest des Ordens angetan hat, ist der Verlust ihres Landes vermutlich das geringste Problem seiner Familie. Sehr gut. Erteilen wir diesen dreckigen Bastarden eine Lektion. Na, dann laber doch nicht so lange, Mädel. Laber nicht so lange. So. Und weiterer Ärger. Oh. Ihr könnt nicht sehen. Oh je. Also Mia, also. Ich hätte hier überhaupt keine Fisch. Ach mein Gott. Muss ich die jetzt echt erstmal ausstaffieren hier? Ja, nimm mal einen. Da vorne soll ich nie... So gut ist die aber nicht. Das ist ja mal nicht. Oh je. Genau so wird es geschehen. So, ich tue dich erstmal aufstocken. Boah. Boah. Oh. Oh. Boah. Ding, ding, ding. Ding, ding. Oh. Was hat sie eigentlich? Hat sie Schwert und Schild? Ich glaube, sie hat Schwert und Schild. Ja, ja. Schwert und Schild. War richtig. Ich glaube, sie hat sie zu schildern, ich glaube, sie hat sie zu schildern. so wird es geschehen so wird es geschehen solltet ihr noch weitere männer finden schickt sie zu mir aha wirklich wo ist hundi tor gehen ich habe Ich hab'n Händler gerettet. Und ich kann die Truhe da nicht öffnen. Doch kann ich. Muss ich jetzt... Jetzt muss ich da rein. Die sollen da keine Wache am Tor schieben. Wird schon gespeichert? Oh! Ich hab' mich jetzt erschrocken, ey. Meine Güte. Ja, da war der Kopf ab. So schnell geht das. Los, Mirari. Oder wie die heißt. Wie heißt die? Mirari? Keine Ahnung. Ich sag' Miri. Ich sag' Miri. Da. Ja, ich bin ja schon da. Ich versuch' mein Bestes. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ihr nicht aufgetaucht wärt. Uns gehen die Verbände aus. Wir haben noch einige Vorräte auf der anderen Seite des Hofes. Bringt mir die Verbände und beeilt euch. Ja, ich bin ja... Wie der mich rumkommandiert, ey. Ich bin nicht nur die Heldin Fereldens. Ich bin die Kommandantin. Und ich bin auch noch Königin. Und der kommandiert mich hier so rum. Das ist ja voll das Letzte, ey. Huch. Ja, die schnapp ich mir doch sowieso. Ich mach' den Ganlog fertig. Ich helfe dahinten. Ein bisschen langsam. Jetzt müssen wir dem einen die medizinischen Vorräte bringen. Oder? Da unten ist schon wieder irgendwas. Da unten ist doch irgendwas. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt aber die medizinischen Vorräte. Die müssen wir jetzt wegbringen. Wo ist er denn? Da ist er. Ja, geht jetzt schon los. Krass. Wie viele Wächter gibt es hier? Nicht besonders viele. Vielleicht ein Dutzend. Aber sie wurden von weiteren Soldaten begleitet. Unglaublich, wie effizient die Dunkle Brot bei dem Überfall auf die Festung vorgegangen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Kreaturen dazu in der Lage sind. Ihr werdet hier... Ich werde hier eure Hilfe brauchen. Natürlich, Kommandantin. Ihr könnt auf mich zählen. Ich will ja auch hoffen. Oh, nein. Oh, ich muss sagen, ich hasse diese Kriecher, ne? Dann können wir nicht hoch. Da können wir auch nicht durch. Aber, oh, ich kann aufsteigen. Ah ja. Ach so, dann nehmen wir Assassine. Was ist das? Klarheit. Aha. Ja, dann nehmen wir das. Äh, ja. Machen wir so. Das passt schon so. Aber selbstverständlich. Anders. Oder ich sage anders. Ähm, das war ich nicht. Neu. Also, ich bin keineswegs unglücklich darüber, dass sie tot sind. Es war wirklich zu komisch, welche Geräusche Biff beim Sterben gemacht hat. Hm. Entschuldigung. Also habt ihr diese dunkle Brut erledigt? Selbstverständlich. Naja, die hier haben mir ein wenig geholfen. Bevor sie auf so tragische Weise ums Leben kam. Ihr könnt mich anders nennen, werte Herren. Ich bin ein Magier und bedauerlicherweise auch ein gesuchter Abtrünniger. Ein Abtrünniger? In Vigils Wacht? Ihr wart nicht hier, als wir angekommen sind. An eine Frau wie euch würde ich mich mit Sicherheit erinnern. Wir haben ihr auf dem Rückweg zum Turm Halt gemacht. Eine kurze Pause, haben sie gesagt. Und jetzt sind sie tot. Eine Schande. Diese Männer waren Templer? Das haben sie zumindest behauptet. Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, kann man sich bei so etwas ja nie sicher sein, oder? Die Templer hatten mich geschnappt und wollten mich gerade zurückbringen. Und dann hat die dunkle Brut angegriffen. Das könnte ein Zeichen sein, oder? Ich könnte hier eure Hilfe gebrauchen. Dann sollte sie haben. Oh. Seid ihr euch da sicher, Kommandantin? Ja. Ich bin zwar kein grauer Wächter, aber ich kann nicht behaupten, dass ich die dunkle Brut besonders mag. Ich würde sagen, wir erledigen sie und dann sehen wir weiter. Anders. Boah. Oh. Nehmen wir fünf weg. Und machen die auf Magie hin. Ähm. Hm. Geisteiler und Kampfmagier. Oh, warte. Was ist das denn? Noch einer. Oh, dann nehmen wir auch noch den Formwandler dazu. Oder den Arkan-Krieger. Ne, den. Ne, wir nehmen den Arkan-Krieger. Genau. Zack, 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 zack. Zack, zack. Das und das. Und das. So. Dann genau. Geist, Geist, Geist. Kampf, Kampf. Das, 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 das. Und das. Und das. Oh. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Äh. Bing, 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 bing. Gut. Gut. Muss erst die Holzkist... Kist, steh. trotz eurer stümperei aber selbstverständlich ja hau ruhig ab ich mach den rest da ist die kiste ok noch mal einen schwachen das hat nicht mehr gereicht meine Güte hier findet man aber viel könnte man da rein wenn man das hier kaputt macht boah wie lustig ist das denn hä ich muss da durch wie mach ich denn das tor auf hier muss doch irgendwas hier muss doch irgendwas sein dass das dass ich das tor ja jetzt haben wir aber angst bleibt ja wo ihr seid um uns zu töten braucht es mehr als dass ihr bestien kommt ruhig wieder wenn ihr euch traut darf ich bei dem in der nähe bleiben wir haben ein kleines problem jetzt müssen wir da lang es wird sehr oft gespeichert ich dachte da hatten mann geschrien ich bin gerade hingefallen ihr macht das äh das äh äh da nachdem habe ich noch gar nicht Wir waren ruhig stark. Okay, brauchst keinen mehr nehmen. Ähm. Stammte, dunkle Brot. Endless, könntest du mal wieder aufwachen? Dass man da immer hinrennen muss, dass die aufstehen. Ja, in Ordnung. Irgendwas hab ich da gerade von der Schutzrunde. Ja. Ich bin gerade am Gelenk. Aber den da vorne packe ich mir. Genau, so wie das ist geschehen. Ja. 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 Ja da. Ja. Warum lässt sie uns nicht entwohlen? Ah... Bringt euch in Sicherheit! Die ist doch schon längst weg. Die ist schon längst weg. Okay. 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 Da geht's die Runde. Dann gehen wir jetzt nochmal in die andere Richtung rein. Wie ihr wünscht. Aber selbstverständlich. Oh, Gran. Ja, guten Tag. Der ist doch überall. Ich spüre weitere dunkle Brüche. Oh, ja. Das wird ein Spaß. Hinfort mit dir! Und... Ja. 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 Ich mach das schon mal auf. Ja. 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 Da seid ihr. Als die dunkle Brut aufgetaucht ist, hab ich mir gedacht, wartet nur ab, bis die neue Kommandantin hier auftaucht. Dann kriegt ihr alle einen gewaltigen Tritte den Arsch. Ich bin einfach den Schreien gefolgt. Und da seid ihr schon. Sehr schön. Oh, Grant. Was macht ihr denn hier? Da traut ihr euren Augen nicht, was? Nach dem fünften oder sechsten Krug geht es mir auch immer so. Dachte es sei eine gute Idee, es mal als ehrenhafter grauer Wächter zu versuchen. Also bin ich hier. Er war hier, als ich aufgebrochen bin. Ich kann nicht glauben, dass die Wächter ihn nicht rausgeworfen haben. Hey, wenn das nicht diese knackige Rekrutin ist. Oh ja. Er ist eindeutig eine Zierde für die Wächter. Ich weiß, ich weiß. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Wer ist denn der Magier? Euer Freund. Soll ich euch zwei vielleicht allein lassen? Eindruckend. Ein Zwerg, da wie eine ganze Brauerei riecht. So etwas bekommt man nirgendwo sonst zu sehen. Oh, ein Magier und Komödiant. Diese Kombination wird normalerweise nur selten besonders alt. Ihr wollt die dunkle Brut bekämpfen? Schön. Je mehr, desto lustiger wird es. Irgendwie bezweifle ich das. Das geht mir ähnlich. Ja, dann sorgen wir mal dafür, dass die Ärsche der dunklen Brutbekanntschaft mit meinem Stiefel machen. Ja.